Dann gehen wir mal raus aus der Jute Stopp wieder. Was ist denn hier kaputt? Warum sind hier so viele Büsche im Weg? Das macht doch gar keinen Sinn. Oder haben die nur Schiss, dass wir hier den Kindern ausweichen? Aha! Jetzt wird aufgemuckt. Jedes Mal, wenn ich in einer Pokémon-Arena gekämpft habe, wurde ich besiegt. Ja, da hast du aber schlecht gelevelt, wenn dem so ist, ne? Tja, selbst schuld. Pfadfinderin möchte kämpfen und sie setzt an wie Kotzer ein. Tja, wir haben The Pichtman. The Picht! Der hat nämlich so einen Nackendenkel. Es gibt gar nicht. Es ist nicht schön, dass die meisten Electricity-Attacken hier gar keine Wirkung auf den haben. Wieder Heuler. Und ja, wir machen nicht Platz. Komm, Deckel lehnen weg. Ach Mensch, ich dachte das... Weil dieses Mistvieh die ganze Zeit... Hohoho, lächerlich. Weil dieses Mistvieh gerade die ganze Zeit meinen Status geschwächt hat. Egal. Pfadfinderin sind Pipi in den Kampf. Ja, wechseln wir mal. Was nehmen wir denn für Pipi? Nehmen wir unseren Nacken. Diese Mistviecher haben mich die ganze Zeit mit ihren Status-Schwächen verarscht. Circa 20 Pads vorher. What? Das hat gar nichts gebracht. Pfund! Ach du Scheiße. Machen wir mal Ruckzuckieb. Ich hab gar keine Ahnung, was das für ein Vieh ist. Was... What the heck? Okay. Ich sehe aber, das bringt nichts. Wir versuchen es mal mit der Scheine. Ich hab... Keine Ahnung, was das für eine Kategorie ist dieses Vieh. Aber ich würd mich auch nicht erkundigen, sondern erst am Ende dieses Let's Plays. Also ich will hier schon ein Kleins durch. Ich weiß, der Rang ist groß da. Wenigstens hat das was gehört. Der Rang ist schon groß da. Natürlich nachzugucken. Aber... Ich hab mir vorgenommen, dass ich ihm widerstehen werde. Jetzt reicht's. Ich hab mir schon kaputt. Und tschüss. Phoebe wurde besiegt. Na also. Nein! Nicht schon wieder! Und dabei bin ich auch nicht mal... ...ne Redenleiter. Haha. Was steht denn hier Feines? Felztunnel. Alles klar. Ach, ich vergaß ja. Ich bin nicht mehr an meinem Fahrrad. Mit dem ich so schön vorankam. Dam dam. Tadadam. Ach du Scheiße. Ich seh gar nichts. Warte. Karuka? Mama Blitz. Ha. So sieht das doch schon besser aus. Und wir kämpfen wieder gegen irgendeinen random encounter. Wie... Wieder so eine... Zubat... Dingens. Oder wie die heißt. Ich weiß nicht. Heißt. Heißt die Irina oder ich weiß nicht. Die ist doch gar nicht lustig, du Arschliche. Oh tschüss. Ich hoffe es immer mit meinen Mundstelzitaten. Naja, ein... Ich kann mich noch nicht mal bewegen, ohne dass hier irgendein Vieh aufmuckt und einen Furz lässt. Warum habe ich jetzt Teckel gewählt? Bin ich bekloppt oder was? Ja gut, ich bin bekloppt. Das habt ihr auch schon gemerkt. Teckel ist halt weg. Das bringt's halt. Machen wir jetzt Geowurf. Weil jetzt lohnt sich der Steinwurf definitiv nicht mehr. Und wir kämpfen wieder gegen einen random trainer encounter. Mein Pokémon wollen kämpfen, laus geht es. Schön für dich. Pokémon... Pokémon... Was ist denn das? Das ist ja... Was ist denn... Was war denn das für ein Bilkaulitz? Das ist ja schlimm. Ok, dieses Vieh hat einen Knochen in der Hand... Das ist auch strange. Äh, ich frag mich was... Knochenkeule? ich brauche ein anderes ich versuche es mal mit sascha ich habe keine Ahnung was das für ein Vieh ist ich würde von dem Knochen her sagen es ist vielleicht Stein wir werden es gleich sehen ja das hat gut reingehaut sag ich mal hey Pest ist ein der aufgestiegen so kann man ihn auch leveln oh Sascha ist auch aufgestiegen ja sauper ja sapperlut ich stehe sa gaudi Fleckmon ich weiß noch was das war das war ein Wasservieh da war so ein Mist ab hatte ich das gar nicht in Erinnerung jetzt hoffe ich nur dass ich den nächsten Angriff überstehe dann kann ich mich auch eilen Konfession ja so jetzt muss ich aber ein Superball ne Quatsch ein Superdruck ja genau ich fange ein feindliches ich fange ein gegnerliches Pokémon ein mit dem Superball das macht natürlich Sinn Stop it man ok Donnersch bitte der gibt mir Kopfnuss der gibt mir so Beule ey das reicht jetzt aber mach's kaputt Sauhund da hey aber Karuka hat mir einen schönen EP bekommen ja komm hey Peste entwickelt sich yes so knappe Partie da 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 mit der Entwicklung oh ich bin gespannt was da jetzt rauskommt WTF das war ohne zugegeben ey das ist ja auch voll das trollface jetzt Moment jetzt guck das mal schon an das ist voll das trollface das passt ja so geil ok wir schauen uns erstmal an was wir hier oben finden ok hier ist gar nichts ich frag mich warum der Kunde überhaupt in dieser dunklen Höhle bleiben wollte wenn man hier gar nichts sieht so oh wie geil Peste ist jetzt glaube ich mein zweitstärkstes Pokémon könnte sein ja tatsächlich ok wir trainieren jetzt mal Mugi wir tauschen mal jetzt gleich so dass der dann vorne landet nein gibt's nicht noch mal Absorbe tja obwohl warte mal ich sortier's jetzt mein Trash das geht nach vorne das sind Steve und Kirak aber Steve war das ist aufgestiegen das heißt jetzt trainierende Kirak Gibt's nicht Pestert voller trollface Problem oder you mad bro und wir haben dieses Macholo Polo Cholo Tolo irgendwas Nolo Egal äh was ist bitte der Unterschied zwischen Windstoß und Wirbelwind äh wir machen mal Wirbelwind achso das fickt die weg ok frag mich was dann im Trainerkampf passiert aber erstmal gibt's wieder ein random encounter nochmal mitzumachen holo tollo schmolo tollo irgendwas holo mach ich erstmal Windstoß ich habe die beiden Attacken nämlich schon die ganze Zeit verwechselt hab ich gemerkt Karate Slug ah zieht zu Glück nicht so viel der Karate Schlag ich weiß mein Kommentar kommt ziemlich früh ne schon 10 Runden später und down 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 so so was haben wir denn hier Feines was gibt ich denn hier aha random encounter die nächste schon wieder gegen dieses Vieh egal Kirok muss ein bisschen herhalten jetzt und mal Rückzug gib das sieht leider auch nicht so viel dann bleiben wir doch lieber beim Wirbelwind du 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 okay das überstehst du jetzt komm schon mach'n Platz na also geht doch okay bevor ich jetzt in den nächsten Trainerkampf gehe her gebe ich Kirak erstmal was zu trinken allerdings einen normalen Trank die sind jetzt hier unten gell zwischen diesen ganzen TMs was hat TM30 nochmal? will ich mir nochmal angucken sie enthält Dachso Teleport nein was bist du für eine? zuhause zeichne ich gerne Pokémon wenn man sonst keine Hobbys hat das ist schon wieder so ein Tokio Hotel Fan oh scheiße äh da würde ich gerne wechseln wir nehmen wir mal einen Mugi rein gegen Wasser müsste es ja eigentlich gehen ne Konfusion DUDE okay jetzt machen wir erstmal Absorber DUDE warum ist die Attacke denn so effektiv? was soll denn das? okay dann müssen wir das anders angehen Schlagpube gut gut das wäre es natürlich jetzt gewesen wenn der gleich bei diesem Angriff aufgewacht wäre na also geht doch man muss eine Wolle er ist aufgewacht aber wir sollten ihn jetzt eigentlich mit Absorber down kriegen und dann haben wir unsere Energie wieder aufgefrischt tadadata 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 happy bis die Pokémaniac ich bin erschöpft und geh durch den Monsoon singen ha gibt's einfach nicht Ah, ja. Wieder so ein Bad-Oder-Hell. Ach, Mietlof lässt grüßen. Okay, was machen wir? Was machen wir? Was machen wir? Machen wir wie einen Schuss. Kirak, du musst eine bessere Vogelattacke lernen. Wobei, das hat auch gut hingegangen. Mir wird nichts super gescharrt. Und Ruck zu heben, du bist down, 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 down. So, ja. Ich darf mich noch nicht mehr bewegen hier. Was ist denn das? Oh, 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 oh. Ein Onyx. Nee, ich habe ja wirklich entschieden. Ich will so ein Fienich fangen. Ähm. Sascha oder Wugi? Mugi. Ich nehme mal Mugi. Kratisch rein. Okay. Machen wir. Was soll denn das? Toll, das ist ja... Das ist genau so eine Scheiße wie dieser Wickel. Was soll denn das? Jetzt greifen wir mal bitte an. Na, also. Ein Schlag und das wie ich's down. Okay, was haben wir hier, Feines? Ein Trainerkampf. Ich komme nicht so oft hierher, aber ich will kämpfen. Warum sind die eigentlich alle in dieser Hülle gewesen, wenn die dunkel ist? Das macht alles so keinen Sinn. Aber naja, das ist Nintendo-Logik. Ah ja! Ein Mugi. Versuchen wir dem mal was entgegenzusetzen mit Kirak. Naja, ein bisschen zieht sich. Aber das ist wenigstens nicht so effektiv. Du müsstest mal bitte eine Flugattacke lenden. Ich hab eben gesehen, dass das alles nur Normalattacke sind. Nein! Jetzt schläft er ein. Er ratzt. Na, super. Und ich darf mich hier mit dem Absorber rumschlagen. Hm! Was soll das? Na also, Kirak ist aufgewacht. Nochmal Absorber. Stop it, man! Jetzt haben wir den Windstoß. Macht dieses Vieh endlich mal down hier. Was soll das? Nein! Ich krieg die Krise. Du mistiges Mistvieh. Kirak, wach jetzt auf, Mensch! Das gibt's doch nicht. Na, dann setzen wir jetzt doch ein anderes Vieh ein. Das gibt es doch nicht. Steve! Komm mal davor. Nächstes Vogel-Pokémon. Wenigstens. Kann der Luftattacken. So wie Schnabel, also Flugattacken meine ich. Na also, das ist doch schön effektiv. Aber im Endeffekt ist Kirak aufgestiegen. Dieser Samen. Nein. Das kennen wir jetzt auch schon. Diese Vieh. Wir machen mal Schnabel. Yay, das hat aber schön gezogen. Ach komm, stress nicht. Junge. Und tschüss. Halbübe besiegt Pfadfinderwender. Wo hat er Zeit? Oh, ich habe verloren. Oh, welche Schande. Oh, diese Trend. Untertitelung aufgrund der Leiter Corona-S course fest. Vielen Dank.